Hey, hey, ich bin Petra und diesmal dürft ihr mich auf mein Wochenende begleiten. Wir werden im Thuner See baden, einen Winterwander-Spaziergang in der Nähe von Allgermönch und Jungfrau machen, aber auch in Ischgl Skifahren und ein bisschen Abrisski erleben. Hallo und herzlich willkommen aus der Schweiz. Heute gibt es eine Skitour in wunderschönster Region, aber zuerst schaut euch mal diesen Schneefall an. Weihnachtlicher geht es doch kaum und das am See. Und ja, es ist diesmal nicht der Gardasee, also bitte lobt mich. Das ist der Thuner See, Aussicht gleich null leider. Ich bin schon in Ski-Equipment. Ich hätte vor, Grindelwald hochzufahren und dann eine kleine Skitour zu gehen. Ich dachte, ich mache jetzt mal keine Experimente. Ich habe das Bike schon auch dabei, hätte mir auch gut gefallen. Aber wenn man die Piste nicht mal vom Skifahren kennt, dann ist es nicht so schlau, wenn es richtiges Mistwetter hat, dann mit dem Bike loszustarten. Mit dem Radl, ja, ja, aber eben nicht ganz so sicher wie mit den Schienen. Und deswegen heute mal auf Nummer sicher. Wusstet ihr übrigens, dass der Thuner See zu den beliebtesten Seen in der Schweiz gehört? Und das anscheinend, weil er so super klar ist. Also ich hatte ja keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich habe das immer so ein bisschen mit Alga, Mensch und Jungfrau natürlich in Verbindung gebracht. Aber das Wasser ist wirklich extrem klar. Also da scheint was dran zu sein. Ja, was soll ich sagen? Leider hat es nicht gerade die beste Sicht, aber es schneit dafür so richtig winterlich. Und die Straßen sind arschglatt. Ich bin schon ganz schön gerutscht gerade. Da merkt man, dass Winter in der Schweiz halt doch was anderes ist. Wir dürfen hier wirklich im absoluten Winter Wilderland unterwegs sein. Schaut mal. Aber der Schnee ist ganz schön pappig. Und dementsprechend rutschig sind auch die Straßen. Das hat eher so Schneemannbau, Schnee. Ich habe jetzt mal umdisponiert. Ich dachte, ich schaue es mir jetzt erstmal so an. Es hat noch gar nicht so viel Schnee. Also das ist jetzt eher alles Neuschnee. Eigentlich keine Unterlage. Die Lifte machen erst am 17. Dezember auf. Das wäre echt perfekt gewesen. Na, wie gesagt, ich schaue es mir jetzt mal so an. Es ist einfach doch was ganz anderes. Ich hatte es echt ein bisschen unterschätzt. Ja, auf jeden Fall wird es in dem Video noch zum Skifahren gehen. So viel kann ich euch versprechen, ob wir hier fahren oder dann woanders. Mal gucken. Kurz oberhalb vom Grimbelwald war der Weg zwar schon wunderschön, aber ging noch durch sehr viele Häufchen durch. Aber noch weiter oben waren wir dann wirklich komplett alleine im Wald und später sogar auf offener Pist. Jetzt sind wir schon ein gutes Stück weit da oben und hier hätte ich, glaube ich, sogar Rad fahren können. Naja, hier hat alles dabei. Mal schauen, was wir die nächsten Tage noch so treiben. Wisst ihr, was letztlich das Verrückte ist? Ich bin mit dem Auto, das war halt krass gerutscht, am Weg zum Parkplatz runter. Ich fahre da bei dieser Lärchen bei den Grimbelwald. Eigentlich heißt die Pfingstbahn. Und dann habe ich mich das Rad nicht mehr auspacken trauen, weil ich dachte, dann legen die sich die Spinnen voll. Und ja, ich muss sagen, ich vermisse mein Bike. Verdammt! Ich bin so gerutscht. Ich war echt froh, dass kein Gegenverkehr oder Fußgänger oder sonst was in der Nähe war. Und später kam mir aber ein Taxi entgegen. Bisschen weiter oben. Das ist genau gleich gerutscht. Ein Einheimischer sogar. Bin ich mal schnell auf die Seite gehüpft. Sich auch gleich bedankt. Ich kann ja eh nichts dafür. Das ist so ein Marmorschnee. Der ist fucking rutschig. Und trotzdem ist es einfach wunderschön. Die allerersten Spuren. Kaum bleibt unverspult. Und der Schnee knirscht so schön. Also das ist wirklich wow. Ein tolles Gefühl. Etwas weiter oben wollte ich nochmal diesen Staub-Effekt machen. Aber auch dort war der Schnee immer noch zu nass. Hier wollte ich euch mal zeigen, wo wir genau unterwegs sind. Ich bin bis zur Mittelstation hochgekommen. Hier ist jetzt echt absolutes Winter Wonderland. Hier sind nur noch Bäume. Dieser Weg. Und sonst rein gar nichts. Also mega schön. Ich bin gespannt, ob ich eine Runde machen kann. Oder ob ich das gleiche zurück muss. Ich darf es einfach mal auf mich zukommen lassen. Schaffen würde ich beides. Deswegen ist es so furcht. Aber eine Runde wäre natürlich cooler. Ja mega. Jetzt kann ich tatsächlich eine Runde machen. So schaut es hier oben aus. Das ist jetzt Sport heißt es hier. Die Mittelstation würde ich mal behaupten. Und wieder weiter Richtung Tal. Ich hätte ja noch weiter hoch wollen, muss ich gestehen. Aber irgendwann ist es genug zu Fuß. Weil sonst wird es dunkel. Ich muss ja genauso lange wieder runter. Früh raus. Hier sind jetzt echt nur noch ein paar Hütchen. Keine Menschenseele. Und viel Schneefall. Und dann bin ich auch wieder gut am Auto angekommen. Hier seht ihr mal, was alles drin ist. Meine Angst wegen dem Rauskommen. Also dieses Hochkommen war nicht ganz unbegründet. Das, was ich euch gezeigt habe, ging noch ganz easy. Aber danach wurde es dann noch hutschiger irgendwie. Und dann muss ich tatsächlich rückwärts rauchen. Es hat voll geraucht. Und das ist witzig, weil die Leute einen dann so entsetzt anschauen. Aber glaube ich, daran zu hoffen, dass man hochkommt, dass sie ja nicht helfen müssen. Hat dann auch geklappt. Also, aber ja, war trotzdem knapp. War sogar rückwärts knapp. Aber es hätte noch ein, zwei andere Optionen gegeben. Ich hätte schon noch probieren können mit ein bisschen Schwung. Und also ich hatte dann gar nicht so viel Schiss. Ich hatte die ganze Zeit Schiss beim Hochgehen so ein bisschen im Hinterkopf. Aber war dann weniger schlimm als gedacht. Zum Glück. Am nächsten Tag habe ich es mir dann nicht nehmen lassen und noch schnell ein Eisbad im Thunersee zu nehmen. Ich habe da fleißig erzählt und geredet und gemacht. Nur leider habe ich auf Slow-Mo-Aufnahme gefilmt. Deshalb gibt es keinen Ton. Naja, jedenfalls war der Weg in den See ultra rutschig. Und dementsprechend hat es mich fast schon auf die Schnauze gelassen. Da seht ihr es. Und in dem Moment habe ich euch aber eigentlich gerade erzählt, dass ich die Kamera nicht versenken darf, weil ich nicht mit der GoPro reingegangen bin, sondern mit der Vlogging Cam. Da hinten lag übrigens Schnee. Und wenn man ganz genau schaut, dann sieht man auch, dass kleine Schneeflöckchen gefallen sind. Der See war deutlich kälter als der Gardasee, mit dem ich letztes Jahr mit dem Eisbaden gestartet hatte. Aber es hat sich richtig gut angefühlt. Und also ich kann nur sagen, wenn man gesund ist, ist das absolut machbar. Für mich ist es wirklich kein Thema. Natürlich bin ich aber auch schon öfter in kalten Gewässern, auch im Sommer über. Ich mag tatsächlich auch diese Erfrischung im Sommer sehr gerne. Und im Winter kommt mir vor, dass die Überwindung gar nicht ganz so groß ist. Weil es ja draußen eh schon so kalt ist, dass man eh schon friert, dann kann man auch noch schnell in den See reingehen. Und danach, also schon wenn man rausgeht, ist es einfach unbeschreiblich. Dadurch strömt den ganzen Körper einfach nur Wärme und Energiegefühl. Und man fühlt sich so richtig frisch und frei. Dreimal dürft ihr raten, wer schon wieder am Pass im Schnee gelandet ist. Yes, ich. Aber bis jetzt geht es ganz gut. Erstmal eine kleine Stärkung schnappen. Okay. Jetzt geht es auf den Berg. Jetzt halt erst mal umziehen in der Parkgarage. Na, wer weiß schon, wo wir sind. Einige der modernen, großen Skigebiete haben ja mittlerweile diese endlosen Rolltreppen. Das hier auch. Ich glaube, es ist noch hier unmöglich zu erkennen, wo wir sind. In Ischke. Ich freue mich mega. Es reißt sogar schon ein kleines bisschen auf. Eigentlich ist es erst für morgen schön angesagt. Die ersten geben auf. Das ist dann umso besser. Weil dann ist oben wahrscheinlich nicht mehr ganz so voll. Was könnte es Besseres geben? Wir haben eine Riesengondel nur für uns. Und da hinten seht ihr schon die Piste. Und hier dann eben auch die Gondeln beim Hochfahren. Das ist schon sehr, sehr geil. Ja, Ischke. Hat das Gras. Und Wetter, so geht so. Aber besser als gefürchtet sein ist so. Gehofft natürlich nicht. Gehofft hat man natürlich das Beste. Aber ich glaube, man kann sich nicht beschweren. Ja, so eine leere Gondel bietet natürlich auch viele Möglichkeiten. Was solltet ihr jetzt machen? Ich bin schon mal für den Apfelschiebe. Und übrigens, es fahren aber schon noch einige Leute vor. Mir sind welche drin und Fins und mir auch. Ich hatte also Glück. Hier, was ich sehe, Ischke ist schon auch richtig schön. So viel Schnee hat es allerdings noch nicht, obwohl es jetzt ja ganz schön viel geschnallt hat. Und ich freue mich jetzt aber einfach auf richtig geile Abfahrten, weil alleine diese Patatsch-Abfahrt, die ist halt 1200 Meter lang. Oben sind wir, Ski sind auch schon an. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber wurscht. Ich freue mich einfach. Was gibt es Besseres als nichts los? Berg, Schnee, ein bisschen Neuschnee zumindest. Geil. Einfach nur geil. Und ja, ihr könnt die Schießspitzen anschauen, weil wenn ich euch normal hinschiebe, mit ihr auch nicht mehr. Wisst ihr, was ich meine? Es hat dieses absolute Überlebens-Trainings-Wetter, wenn die Brille so festfriert. Kennt ihr das? Also wenn quasi oben so ein Niederschlag ist, dann ist der Wind so kühl, dass es trotzdem friert. Seht ihr meine Haare? Ah, was für ein Scheiß. Mit frisch geputzter Brille sieht die Welt schon wieder viel besser aus. Jetzt kann es wirklich weitergehen. Zum Glück war es nur oben so richtig Wolken verhangen. Und wenn man da nicht ganz drauf gefahren ist, zum Patatschgrad, sondern nur zur Idalpe, also mit der anderen Gondel, dann konnte man dem Nebel auch ganz gut entkommen. Die Abfahrt war wirklich super schön und ja, ich glaube, es haben wirklich schon einige aufgegeben, was natürlich umso toller war, weil den ganzen Nachmittag über so gut wie niemand im Weg war und man einfach nur frei fahren konnte. Und was gibt es Schöneres als befreites Skifahren, ohne dass so viele Leute um einen rumschweben. Naja, das wird dann zu Weihnachten eh wieder lang genug der Fall sein. Seht ihr? Da war mal einer. Aber ansonsten war es echt mega, mega frei und gut und schön. Ich habe beschlossen, ich bleibe doch noch eine Nacht im Üschkel und hier bin ich untergekommen. Voll super. Es ist ja noch nicht so richtig Hauptsaison. Dementsprechend ging das hier jetzt echt super einfach und frontal, was natürlich umso besser ist. Zimmerchen finde ich echt klasse. Mein Tipp wäre, nicht direkt immer Booking zu buchen. Ich bin einfach hingefahren. Dann gibt es das nämlich meistens günstiger wie der Bookingpreis, weil Booking ja sonst auch mitverdient. Spitze. Also echt klasse. Vor allem ist es ja eh nur eine Nacht, aber mir gefällt es bisher richtig gut. Und ich habe sogar einen fetten Balkon mit genialer Aussehen. Aber gut, es ist arschkalt. Also draußen hinsetzen werde ich mich vermutlich eher nicht. Yay, weiter geht es zum Abkischi. Das sieht schon mal mega schön aus hier. Und auch die ganze Straße war so schön, wie leuchtet schon beim Hinterfahren. Schaut mal. Und dann sind wir auch tatsächlich angekommen beim Abkischi. Das ist in der Trofana ein, mein absolutes Highlight für Fischi-Abkischi. Erstmal frisch, wirklich. Ich habe gerade mein Handy schon hingeworfen, bin schon ausgelacht worden. Aber läuft Cappuccino mit Milchschi. Keine schlimmer Sache. Schaut mal, hinter mir ist noch geschlossen. Ich bin nämlich hinter dem Angestellten hergerennt versöhnlich. Jetzt bin ich schon bei den Gondels. Leider geil. War aber keine Absicht. Aber so gehört einem dann wirklich die erste Gondel. Im Zeitraffer geht es ab nach oben. Und das Wetter war wirklich deutlich besser als gestern. Also eigentlich war es einfach nur grenzgenial. Es hatte so eine leichte Pulverschneeschicht auf der Piste bei den ersten Runden. Es war natürlich auch mega schön einfach nur. Und klar, es ist nicht so wie richtiges Tiefschneefahren. Aber es gibt schon so ein bisschen das Gefühl von Tiefschneefahren. Und auch wenn es nur für die ersten ein, zwei Runden ist, es war toll. Und danach ging es dann so richtig in die Sonne. Was natürlich auch richtig grenzgenial ist. Aber dafür war es echt, echt arschkalt. Ja klar, klare Nacht, klarer Himmel heißt immer kalter Tag. Jetzt kann man sich überlegen, was einem lieber ist. Kalt, 10, aber dafür Sonne. Oder eben einfach nur nicht so tolles Wetter. Oder, also ich bin diesmal sogar einmal kurz eingekehrt auf einen schnellen Cappuccino. Das hilft manchmal die Zähne wieder warm zu kriegen. Und von dem her würde ich mich in dem Fall für Sonne entscheiden. Denn da kriegt man Abhilfe, was die Zähne angeht. Und so wie das Wetter gestern war, mit der schlechten Sicht. Wenn es richtig geilen Powder hat, dann sehe ich das ein. Aber ansonsten, wenn es so richtig gefriert auf der Piste, fühle mich schon fast alle Fällen, die den ganzen Tag durchgehalten haben. Weil ich habe ja erst am Nachmittag gestartet. Bis zum nächsten Mal. gangs Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und wo jetzt noch die Sonne so durch die Wolken durchgescheint hat, sah es einfach nur absolut mystisch aus. Also unbeschreiblich, wie schön das dann sein kann. Essen am Berg. Es könnte Schlimmeres geben. Geilo. Nach dem wohlverdienten späten Mittagessen, das ist auch ein guter Tipp, also entweder ihr esst schon vor elf oder spätestens um elf oder halt erst wieder so ab 14 Uhr, weil zwischen halb zwölf und eben zwei essen irgendwie alle und dann ist es einfach nur Essen in den Skihütten. Na, auf jeden Fall ging es nach dem späten Mittagessen eigentlich nur noch einmal richtig runter ins Tal, weil dann war die Sonne eh komplett weg und es wurde auch schon ziemlich dunkel. Ja, trotzdem habe ich noch ein paar echt tolle Eindrücke einfallen können auf der letzten Abfahrt. Und gerade wenn die Sonne so flach steht, dann ist das Licht ja immer besonders mystisch und schön. Das einzigste Manko war, seht ihr diese Wölkchen? Die Schneekanonen waren an. Und das nicht nur oben, wo es breit war, sondern auch auf den schmalen Ziehwegen. Und das kann ganz schön ätzend sein. Aber klar, man darf nicht vergessen, Dezember ist jetzt natürlich Vorsaison und die Skigebiete wollen auf jeden Fall zu Weihnachten schneesicher offen haben können. Und da wird jetzt halt bei Temperaturen unter Null, wo Schneid so viel es hergibt. Das ist jetzt noch ein wunderschöner Abschlussblick auf Ischgl. Und hier ist so eine krasse Hängebrücke. Ich bin gerade am überlegen, ob wir noch schnell drauf gehen sollen. Und hier sieht man eben nochmal die Gipfelgondel. Auch wenn ich bei allem, was Höhe angeht, mehr Angst als Vaterlandliebe habe. Also da habe ich echt so richtig Angst, um ehrlich zu sein. Ich kann es nicht lassen. Irgendwie habe ich die Herausforderung dann doch gern. Und ja klar, auch ein bisschen fürs Video. Coole Bilder natürlich. Ich bin draufgegangen und natürlich ist nichts passiert. Was soll da auch passieren? Aber am Anfang hatte ich schon ganz schön zittrige Knie. Ja, man gewöhnt sich dann auch dran. Zumindest geht es mir so. Ich mache das jetzt ja auch nicht zum ersten Mal sowas in die Richtung. Und dann checkt man schon immer, ja, das passt schon, kann man schon machen. Und beim Rückweg war ich dann schon super sicher und konnte einfach nur gehen, während ich mich beim Hinweg noch ganz schön am Geländer festgeklammert habe. Damit ist das Video auch schon wieder zu Ende. Lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und auch super gerne einen Kommentar. Ich freue mich da sehr. Und das macht einfach so richtig Spaß, ein bisschen in Interaktion mit euch treten zu können. Und einfach zu sehen, wie ihr das so findet, was ihr davon vielleicht auch schon erlebt habt. Oder ob ihr noch weitere Tipps habt, wo man mega schön Skifahren kann, wo ich vielleicht noch gar nicht war.